So, Leute. Der Speicher war mal wieder voll, aber jetzt ist er ein bisschen leerer. Ich hoffe, es reicht. Es ist halt jetzt nicht wirklich komplett leer. Also kann es sein, dass er auch gleich wieder voll ist. So, hier ist die Abzweigung, wo ich vorhin in den rechten Gang getreten habe. Diesmal nehme ich mal in den linken. Und wenn ich wieder an derselben Stelle rauskomme... Keine Ahnung. Ah, seht mal, tatsächlich. Wow, diese komischen Krabben sind echt gefährlich. Mäuchen hier irgendwie klumpiger. Ja, gegen mich haben sie keine Chance. Ich habe immer noch volles Leben. So, wieder zurück. Gut, okay. Ich wollte einfach nur einen kurzen Rundgang machen, damit ich die Viecher... Okay, so, ich hoffe, der Speicher reicht jetzt. Es laggt schon wieder der, aber was weiß ich. So, gespeichert. Oh, ich habe noch 16 Schuss. Ich hoffe, meine Munition reicht wohl hier. Waaah! Dies habe ich nicht gesehen. Was klingt das hier so bescheuert rum? So, erledigt. Wir haben wieder so komische Detonationsteile, die ich alle nicht verwende. Die ganzen Granaten und so benutze ich alles nicht. Ich vertraue einfach nur meinem Blaster irgendwie. Egal. So, ich hoffe, wie gesagt, der Speicher reicht jetzt noch. Ich glaube, wir müssen hier durch. Oder wir müssen da rein. Aber eher durch. Ui! Wo schieße ich denn hin? Oh, hallo. Scheiße, der Pendler hat mich getroffen. Wieso? Wieso? So. Okay, alles klar. Ja, ich habe wie gesagt, ich habe echt ein bisschen Schiss, dass es gleich wieder hier alles voll ist. Was geht denn hier ab? Ich. Klatsch. Hat er gerade gesagt, halt oder ich schieße, während der abgeknallt wurde? Er hatte auch wirklich drauf. Heftiger Kerl. Ah ja, hier war ich gerade vorhin. Also da habe ich den einen abgeknallt. Okay. Gut, da geht es nicht weiter. Da ist rot gewesen. So, weiter hier. Ah ne. Das ist hier, den ich abgeknallt habe. Okay. Hier ist alles rot. Ich wollte eigentlich noch weiter machen, aber irgendwie ist es schon vorbei. Oh man, jetzt habe ich schon wieder fast 300. Oh man, jetzt habe ich 300. So, jetzt nochmal mein Schild kurz auffüllen. So, nochmal speichern. Und weiter geht es. Wo bin ich jetzt? Oh Gott. Warum nehmen immer so viele? Was ist denn das hier für ein derbes Gebanner-Level? Alter, jetzt hört auf mich zu killen. Wo ist der andere hingestürmt? Scheiße. Ah, da ist er. Wo geht es eigentlich da? Ah, da unten geht es gar nicht lang. Gut, da habe ich mir schon Gedanken gemacht, wo ich jetzt lang soll. Aber ich bin hier schon auf dem richtigen Pfad. Okay. So, alles klar. Weiter geht es. 293 Schuss. 300 Schuss. Alles klar. Und hier ist wieder so ein Öffnungsteil. Ich kann es nicht aktivieren. Ich kann gar nichts. Scheiße, ich komme nicht weiter. Scheiße, ich komme nicht weiter. Ich habe noch nicht so viel Speicherplatz, der ich jetzt ewig brauchen kann. Verdammt. Okay. Speichern. So, jetzt wie geht es denn hier weiter? Ich kann das komische Teil nicht betätigen. Der Weg, den ich... Alle Wege, die ich nehmen kann, sind rot. Außer die, wo ich schon war, wo nichts weiter geht. Wo alles rot ist. Hier war ich schon. Da war ich auch schon. Da unten ist ebenfalls rot. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ah. Das hier mache ich jetzt. Ich übersehe die Schalter immer. Hey, Feuer ätzend. So, weiter geht es. Oh, da geht es rein. Nicht. Okay. Da geht es auch nicht rein. Nein. Aber da. Ui. Was bin ich denn jetzt? Hier sind überall so komische Flugteile von denen. Oh, meine Verbündeten. Ich bin einfach im Kreis gelaufen. Ja, hier kam ich her. Irgendjemand brauche ich keine. Deswegen ist hier mich kaputt, was? Okay. Hey, ja toll. Jetzt bin ich auch im Kreis gelaufen. Was mache ich jetzt? Hey, Freunde. Gibt es irgendwas Neues? Kann ich mit euch reden eigentlich? Psst. Psst. Ruhe. Ich habe etwas gehört. Echt? War da ein Geräusch? Ruhe. Ich habe etwas gehört. Ihr habt sie doch alle, nicht mehr alle. So, okay. Da hinten ist immer noch rot. Ey, voll ätzend. Aber vielleicht habe ich noch eine weitere Tür freigeschaltet. Also gehe ich nochmal zurück. Hier, die gehen nicht. Da ist der Typ, den ich suche. Da ist der Typ. Also habe ich doch noch eine Tür aufgemacht, oder? Ja, ich denke schon. Ich denke, ich habe die andere Tür auch aufgemacht. War die hier, oder was? Ja, die war hier. Komm, bitte sei offen. Ja, sie ist grün. Sie ist grün. Geil. Okay, dann habe ich den Typen. Du hilfst mir jetzt dabei, ein paar Gefangene zu befreien. Nein, der Wächter ist tot. Ich habe ihn auch so sehr noch schossen. Na gut, okay. Nicht schießen. Ja, ich mache immer das Gegenteil von dem, was man mir sagt. Das ist einfach so. Das ist meine Art. Du hilfst mir jetzt dabei, ein paar Gefangene zu befreien. Auf. Das ist laufend. Ich muss immer die Waffe auf ihn halten. Das läuft ja nicht. Was für ein dreister Mistkerl. Lauf zu, oder ich knall dich ab. Toll. Jetzt. Du weißt, wo ich dir hinziehe, ne? Könnte ganz schön wehtun, wenn ich dir da reinschieße. Du stirbst zwar nicht, aber es könnte wehtun. Also lauf. Boah, nee. Ja, äh. Toll. Okay, da spreche ich mir dir bevor. Hey, ich kann auch gemütlich spazieren. Spazier. Spazier. Spazier, 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 spazier. Oh, hey. Geh bloß nicht aus der Reichweite meiner Knarre. Wenn du es wagst, hier irgendwie scheiße zu bauen oder sogar zu sterben, dann bist du echt fällig. Lauf jetzt zu. Lauf mal ein bisschen schneller runter auf seinem Zickzack zu laufen, bis du mich verarscht, oder was? Ich zieh doch auf dich. Guck mal. Schießt echt gleich in den Kopf, ey. Lauf zu. Lauf zu. Lauf zu. Ah, nur er kann dieses Ding betätigen. Stimmt. Ja, komm. Du schaffst das. Du schaffst das. Ich glaube, das bin ich schon. Ah, mein Kopfkrabben. Lass den Wächter in Ruhe. Und du lässt mich in Ruhe. So, lauf weiter. Ich bin fast abgekratzt. Ich muss mich aber echt folgtig sein, wenn so eine Scheiße nochmal passiert, dann kratzt er ab. Alter, weißt du überhaupt, wo du hin willst? Lauf zu. Lauf jetzt. Ja, auf zu stoppen, nur weil ich stoppe. Du fängst gleich ein, ey. Ein Schuss wahrscheinlich noch ein bisschen über. Hopp. Genug von diesem Theater. Geh auf. Tö. Wacht auf. Wieso hinter mir? Hä, wie ist die Tür da aufgegangen? Hä? Was, der lebt noch? Ich dachte, der wäre tot. Hä? Sehr seltsam. Was ist, kann man noch festnehmen? Reichen der Oberfläche. Ich muss zur Oberfläche zurück. Ich hole mir auf jeden Fall hier durch, weil das jetzt aufgegangen ist. So, was ist das? Hier ist eine Aufzug. Ich gehe hier vor. So. Alles klar? Alles klar. Gut. Weiter geht's. Tür. Nein. Nein. Cool, Anschüge. Alter, wieso helfen mir eigentlich die spastigen Rebellen da hinten nicht? So, jetzt hopp. Ein bisschen schneller. Gibt's ja auch noch ein Schildaufladeteil. Ja, geil. So, und da müsste es weitergehen. Ja. Aber ich will noch kurz mit den Rebellen reden. Wo sind die? Die müssten ja irgendwo sein. Hey, die sind weg. Die sind schon geflohen. Oder sind die irgendwo anders, wo ich gerade nicht hingucke? Oh, die sind abgehauen. Okay, alles klar. Auch gut. Die sind irgendwie abgehauen. Konnte nicht kommen. Oh, seht man auch. Jede Menge Munition. Toll. Schön, dass ich die auch mal sehe. Und wenn ich sie brauche, sehe ich sie nicht. Und wenn ich sie nicht brauche, dann... So, jetzt kotze ich hier durch. Ja, ich gehe da durch. Es ist näher. Oder ist das... Oh, das geht weiter nach unten. Das ist nicht gut. Moment, was geht beim anderen? Vielleicht ist da ein Versteck oder so. Lauf schneller, Kai. Lauf, lauf, lauf. Da geht's nach oben, aber da komme ich nicht hoch, ne? Toll, sinnvoll, dass ich hier lang geklettert bin. Ja, hier. Nein, nicht die. Schwachkopf. Ja, die laden. Das geht nämlich schneller, als da zurückzulaufen, glaube ich. So. Und runter. Ah, okay. Okay, mit dem Runterfallen ist auch das hier erledigt. Genau, ich schaffe es nie über ein... Also nie über bis zu 40%. Das schaffe ich nicht irgendwie. Bin viel zu schlecht. Oh, ich glaube, jetzt kommen... Oh. Das ist eins der besten Level. Ich bin dabei. Oh Mann. Und ich kann es jetzt nicht spielen. Oh ja, nach diesem Level wird sich alles ändern. Dieses Level ist, glaube ich, eins der zwei letzten, mit denen wir nur mit dem Blaster und so rumrennen. Aber ich will nicht zwar wegnehmen, aber auf jeden Fall freut euch auf die nächsten Parts von Star Wars Jedi Knight 2. Das war es jetzt auf jeden Fall für das Erste. Damit ist diese Session erstmal beendet. Habe ich gespeichert? Ich habe gespeichert. Ich speichere nochmal. Damit ist diese Session erstmal beendet. Und ja, wir sehen uns dann wahrscheinlich demnächst... Als nächstes werde ich wahrscheinlich wieder Orcades nochmal eine Runde spielen. Also sehen wir uns dann bei Orcades wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao.